Und darüber rede ich mit Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie sind Expertin für Verkehr und Umwelt. Guten Abend, Frau Kempfert. Guten Abend, ich grüße Sie. Knüpfen wir da an, wo wir gerade waren. Biokraftstoff ist gut fürs Klima, aber auch Sie rechnen im Moment nur mit einem Anteil von 7 Prozent Ende des nächsten Jahrzehnts. Woher kommen dann die restlichen 93 Prozent? Nun, zunächst einmal ist dieser Anstieg auf 7 Prozent schon fast eine Verdopplung. Das wäre schon mal deutlich mehr, als wir jetzt haben an Biokraftstoffen. Man könnte damit auch schon einen Teil der Emissionen senken, die wir ja auch senken müssen im Verkehrssektor. Der Rest, der kommt dann eben aus alternativen Treibstoffen. Erdgas, hier auch kurzfristig ist zu nennen, aber vor allen Dingen muss es darum gehen, dass man die Verkehrswende voranbringt, dass man auch Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Effizienzverbesserung setzt und dann sich schrittweise verabschiedet von den fossilen Energien. Aber dann nochmal nachgefragt, setzt die Automobilindustrie mit der Elektromobilität und der Fokussierung auf die Elektromobilität nicht gerade auf das falsche Pferd, gerade mit Blick auf den CO2-Ausstoß? Der Strom wird ja auch zum Teil mit Kohle produziert. Ja, man muss das eine machen, ohne das andere zu lassen. Also die Elektromobilität wird in der Zukunft ganz sicher eine Rolle spielen. Der Strom muss in der Tat erneuerbar sein. Wir wollen uns ja aus der Kohle verabschieden. Hier geht es darum, dass der Anteil der erneuerbaren Energien auch deutlich erhöht wird. Und dann muss es auch darum gehen, dass man es kombiniert eben mit der Digitalisierung, mit autonomem Fahren, mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Und da passt die Elektromobilität recht gut hinein. Aber es ist eben nur ein Baustein von vielen. Genau, da wollte ich nochmal nachfragen. Muss man Logistik und überhaupt Mobilität nicht ganz neu denken? Absolut. Wir brauchen eine Verkehrswende weg eben von dem übermäßigen Verkehr hin zu mehr Umweltschutz, auch in den Städten, hin zu mehr Klimaschutz. Es geht ja nicht nur um die Vermeidung von Treibhausgasen, sondern auch um die Vermeidung von Emissionen und Feinstaub. Und das kann auch gelingen, wenn man auf Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Optimierung, aber auch auf die Verlagerung auf die Schiene setzt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien führt dazu, dass wir mehr Elektromobilität haben werden, aber auch klimaschonende Treibstoffe, die eben aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Und all das ist dann völlig verändert und hat mit der heutigen Verkehrsleistung oder dem Verkehr, so wie wir ihn heute kennen, wenig mehr zu tun. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Claudia Kempfert. Danke. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.